ist das jetzt echt ne AMG? ein bisschen Sound hat er aber da jetzt auch nicht wirklich Drehzahl drauf jetzt der fünfte im Auto bestimmt kein Nacken sind immer zu fünft im Auto iiih gelbes Kennzeichen bäh ekelhaft Junge Junge wie hat es denn hier geregnet ich komme vom Sport und hier sieht es aus irgendwie als hätte ich ne Bombe eingeschlagen das war letztes mal nehm ich genau wir schreiten hier so um irgendwo da hinten pfff lol hänst du hänst du hänst du das war das war gut hänst du hee hänst du hänst du das war echt gut, das hat echt gut getan geile mustang eine entspannte abendrunde wie immer oh, bis der terror bald darf er ihn nicht mehr fahren dann war es das mit dem mustang alter, ist ja geil ich weiß nicht, würde ich mir einen cabrio mustang holen? ich glaube nicht, aber ist auch ganz geil boah, wie der den gedreht hat das ding ist ja fast auseinander geflogen habe ich das aufgenommen? ich glaube schon, oder? gleiche stelle sorry, ich kann es wieder nicht verkneifen sorry, Entschuldigung, ich wollte es ja nicht machen, aber ich habe es doch gemacht so wer klippt mir jetzt hier am Arsch? hm, keine ahnung oh, es ist kalt jetzt kommt der winter langsam oder herbst wir sind schon mitten im herbst drin ich habe das erste mal gerade einen stop hier gemacht alter mit abs ich habe gemerkt, das das hinterrad Auf jeden Fall Einen kleinen Lüpfer gemacht hat Boah, was Ich wusste gar nicht, dass es ein Stoppie geht Bei so wenig Geschwindigkeit LOL Auch noch nie gehabt Hab mal Vorderrad drin jetzt gerade komplett durchgezogen Ich dachte eigentlich nur Das wird jetzt Ein bisschen kritisch Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Hinterrad hoch geht Auch noch nicht gehabt Na ja, gut zu wissen Ich glaube, ich hab's nur noch eingebildet Ich hab's gerade noch mal ein bisschen Auf gleicher Geschwindigkeit, glaube ich, gemacht Aber das war nur das ABS, was gegriffen hat, glaube ich Ups Hat sich nur so angefühlt Ups Der wird echt drin, Alter Das gibt's ja nicht Entweder hat er es richtig eilig Oder der will in Rennen Gibt's ja nicht Gibt's ja nicht Das gibt's ja nicht Auch noch nicht gehabt Boah, was ist hier denn los Alles voll mit der Polizei gerade Es regnet ein bisschen, das ist nicht so gut Hau rein, Bro So, fahr mal nach Hause Hi, die zwei Hat auf jeden Fall ein sympathisches Lächeln Die Dame am Schalter, oder? Oh, komm mal da irgendwie rein Lass mich doch rein, mein Gott, ey Das soll immer mit Gewalt machen, ey Rass dich noch mal aus hier Boah CLS in Rot, geil Oh, da muss man doch rüberfahren, Alter Da muss man rüberfahren Da muss man rüberbrettern, ey Einfach Vollgas und rüber So wie der andere es gemacht hat Auf der linken Spur Mann, ey Oh, Ferrari Hübsch, hübsch So, ich suche etwas nämlich Deswegen fahr ich hier rum Oh, so, das ist ja schon Oh, so, das ist ja schon Oh, so, das ist ja schon